herzlich willkommen zu mario kart 7 online es geht weiter mit nakito dem fiesen flitzer den großen monster truck reifen aber die blauen diesmal zur abwechslung mit dem blumengleiter auf geht's willkommen auf wie koopa cup wir haben hier drei marios und von der standard kombination mittel mario und hier können wir uns mal problemlos durchsetzen wenn die alle der standard kaffee sehr viel geschwindigkeit gleich wieder diese blitzer einzig und allein lakito leck ein bisschen deswegen haben wir auch dieses kart genommen um das ganze auszubilden er hat seine stärken im handy gut sicherer erster platz mal und die schimpfen und ich weit hinten schaut sehr gut aus mal sehen was so ein feld und stern pilz pilzer von zwei nichts besonderes jetzt auch meistens der stern ist für mario 2 noch auf 1 2 der holt jetzt auf aber er verliert sie durch den blitz jetzt können wir uns ein bisschen wieder absetzen sonst wäre schon mal gefährlich eine roter von 2 die wird uns nichts machen das ist mir auch nie passiert drüber gesprungen man kein problem ein hitz hat noch der mario der holt uns trotzdem nicht ein er nimmt so die abkürzung kommt uns zwar mal nahe aber der kommt nicht wo die banane hat den sogar eliminiert und auf 1 3 nicht an 23 zurückgeschleudert josh hat mal aufgeholt von 6 auf 4 aber keine items unterwegs auf dem feld jetzt wieder mit dem box ja lästige fliege hier der mario der holt mit den pilzen zumindest immer wieder ein bisschen auf was kann eigentlich nur passieren stachelpanzer dürfte auch nichts mehr fänder sind die sind schon zu weit hinten bekommen aber immer pilze ich denke die holen immer ja ein bisschen wieder auf aber es reicht halt nie ganz um mir gefährlich nahe zu kommen das sollte nichts mehr zu machen sein stachelpanzer würde uns auf rang 2 garantiert wo wir haben sogar den mario getroffen mit der grünen und es entsteht jetzt ein kampf auf rang 2 und 3 kann er sich zurückkämpfen auf rang 2 oder muss sich jetzt mit dem dritten platz geschlagen geben er hat den tanuki er schafft gerade noch und versetzt den andere mario auf rang 4 mario 1 1 1 1 sind dann natürlich wir rang 2 rang 3 rang 4 und der metal mario dann hätten wir jetzt fast überrundet was der macht der hirschi hat nur gewartet vom ziel da müsste er lange warten bis der metal mario hinein holt gut was bringt die nächste strecke es ist luigi's rempiste ich bin gespannt wird es ein eine schlacht ums letzte item werden oder wird sich das feld auseinander ziehen und mehr aufs team passiert der josh hat sich ziemlich absetzen kann hat sogar ein blitz blitz einen pilz für den blut dort mal sehen da kann noch alles passieren als weit vorne fährt hier aber allerdings interessant wir haben drei pilz ist optimal also wenn jetzt kein blitz kommt dann müsste eigentlich alles ok sind auch von 33 rote panzer wir müssen ja schön ein bisschen attackieren und überholen im endeffekt dann würde er die drei wir kommen schon nah und sogar geholt und wird ausgeschaltet er lässt sich zurückfallen oder fahrt einfach so langsam na toll das ist jetzt nicht so toll ok der blauen lassen wir treffen denn das ist natürlich die roten fressen da behalte ich mir lieber die drei pilze auch für die letzte runde jetzt bin ich gespannt dass ich da wo auch der eine mit dem steher ist ziemlich aggressiv und räumt den mario aus dem weg rosalina hier getroffen worden von dem grünen panzer war der erste ist halt weit vorne aber wir haben drei pilze das kann doch alles gut gehen joshi darf uns auf keinen fall treffen mit seinem grünen panzer eine schlacht um rang 1 jawohl wir kommen vorbei auch trotzdem willkommen den schon nahe ein pilz noch ein pilz noch im richtigen moment einsetzen kann schon das geht sich aus das geht es geht sich aus jawohl 1 genau so habe ich mir das vorgestellt wow knappe entscheidung der war fast auf gleicher höhe ziemlich knapp aber wir konnten uns durchsetzen nächste strecke was wird es sein da hat doch wirklich keiner von der kombination her chance mit uns mitzuhalten mal sehen ob wir wirklich dann eins auch verteidigen können okay uns kommt jetzt schon keiner nach also es schaut zumindest mal jetzt gut aus solange mir kein fahrfehler passiert es waren kein stackel panzer in naher zukunft kommt dann haben wir sehr gute chancen aber sie bleiben zumindest mal dran in reichwärte okay lakito den haut zurück hat pilz hat er schon mal außer gefecht gesetzt wir haben den grünen panzer von dem raus geschossen leider ich habe ihn selber nicht getroffen ich habe aber spät abverlässt können dadurch dass er nicht bittig gefahren ist er hat einen pilz er bleibt dran die eliminiert wurde online drei rote für mario jetzt aber schnell gas 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 der darf uns nicht sehen wir haben gar keinen schutz kommt er sieht es nicht er sieht es nicht um man verlassen auf dem touch screen schauen was waren das komplette verfehler nein von grün hat es auch noch getroffen nein das schaut nicht gut aus kommt schon jetzt so ablösen deswegen das ist da noch zu machen ich brauche noch gute seite und dann auch sollen mario den packen hier aber mehr geht sich nicht mehr ausgang 3 ja für den fahrfehler absolut super ergebnis denn wir hatten drei pilze und noch sarkis 7 sie konnten jetzt noch ein 30 hafa diese fahrfehler war sehr brutal drift hat halt nicht funktioniert wenn man den touch screen schaut dann funktioniert es nicht ok weiter geht's mit der fliegenden fest mal sehen oh luigi er hält aber nicht so schlecht mit mit seinen slicks interessant der attackiert uns wir können uns knapp durchsetzen er wurde getroffen vom maulwurf ja aber spannend ist aktuell um rang 1 vor erst mal sehen was bringt es weiter anspannung das mini auf 1 2 haben wir es erwischt nein haben wir nicht ok bleibt dran hier mit dem ausverkaufeln kann man nicht so eng runter ziehen mit dem bildreifen aber es ist ganz ok gewesen sehr schön nicht viel zeit verloren also eine perfekte erste runde blitz aber für uns eigentlich unter der beschleunigungsstreifen kommt kein so lang in diesem bild mal sehen wo ist er wo ist er nicht sehen ich auch mal da links war zu spät gesehen da konnte ich natürlich nichts mehr machen mit dem händchen schon gar nicht tja stachelpanzer auf dem feld wurde abgeschossen aber der sollte uns nicht viel machen denn das mini ist irgendwie stehen geblieben das schaut sogar sehr gut aus mal schauen geht sich der stunt aus uh das mini kommt aber schon gefährlich nah aber kann uns sogar überholen drei grünes ja kein fehler wenn es der trifft sind wir eliminiert uh er fährt die außenwahl das bringt uns natürlich schon mal wieder auf platz eins jetzt ist eine gefährliche situation er schießt sie nicht ab die grünen panzer wow da hatten wir Glück denn er hätte gut jetzt rang 1 sichern können ist egal solange wir den boost haben und ihn aufhören ist alles ok da verliert man nicht wirklich was so jetzt kommt uns nicht mehr nach das war's das ist rang 1 der sichere rang 1 für uns aber er hat es in der hand hatte die chance nicht genutzt das grünen panzer vor allem wenn ich habe er war zu uns auch nett puh alles gut gegangen aber zwei situationen waren knapp anfangen mit luigi und mit dem mie durch den steifelpanzer so auf zur nächsten strecke was wird die witzig bringen wir bekommen fast uhrundfahrt die war zweimal dabei es ist gc and daisy's dumpfer okay ich weiß nicht ich glaube der holzweg ist der kürzere der andere ist der lange hier mal die schönen drei Münzen hier mitnehmen einsammeln mal auf oder eins aber Metal Mario ist knapp dahinter komm schon jawohl perfektes timing traumhaft sehr schön um die Kurve gekommen wow ah Metal Mario dürfte einen Fahrfehler gehabt haben der ist mal kurzzeitig gestanden jetzt sind wir schon ziemlich weiter vorne und haben uns mal einen Vorsprung sichern können nehmen wir mal den der Stachelpanzer ist auf dem Feld hier noch die drei Münzen mitnehmen und fast verdriftet okay holt uns keine ein nein keine Chance mal sehen erwischen wir jemanden mit den Bananen okay momentan Yoshi auf Rang 2 genau die ganzen drei Marius sind direkt das noch dazu okay ein Battle um Rang 2 ist auf jeden Fall drin für die nächsten vier aber Rang 1 müssten wir nach Hause fahren solange mir kein Fahrfehler passiert aber schaut gut aus wow die Bananen sind sehr sehr fies gelegt von mir also da kann man durchaus Probleme haben ich wundere ja dass einer die dritte mir abgenommen hat so hier kann man auch einen roten Drift ausführen aber das Timing muss halt perfekt stimmen dass man hier schön durchkommt muss sehr genau fahren aber wir haben sicheren Rang 1 konnten den Vorsprung sogar noch aufbauen das nie könnte zweiter werden hat sich vor Yoshi gesetzt ansonsten glaube ich ist das Feld unverändert geblieben oi nein war ein Position Bug kleiner Lag Yoshi äh Rang 3 oder wurde er von Metal Mario noch auf der Ziellinie erwischt hm ja wirklich Metal Mario hat den Yoshi noch erwischt und sichert sich damit Rang 3 okay danke fürs Zusehen bis zum nächsten Mal hier bei MarioCatZienMorOnline bis dann bis dann bis dann bis dann